Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, an Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad, ein L13, und zwar ein 20R III. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Ladekabel nicht mehr am Laptop ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und kann danach das Display tauschen. Auch die Tastatur lässt sich sehr einfach von oben ausbauen. Dafür muss man die beiden Clickpads hier nach oben hinweg hebeln. Da sind jeweils Schrauben drunter und wenn man die gelöst hat, kann man die Tastatur so ein bisschen nach innen drücken und nach oben einfach rausziehen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und in diesem Fall bleiben die auch im Gehäuse. Müssen also wirklich nur gelöst werden. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar einen PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräte-Rückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und Hin- und Herrutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal. Das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen. Und das mit ein bisschen Rütteln und Hin- und Herbewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker kann man hier sehr gut von oben greifen. Der hat so eine kleine Ausbuchtung da. Und dann kann man den seitlich einfach rausziehen. Man kann den aber auch hier hinten am Kabelbund greifen und dann mit ein bisschen Wackeln lösen. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier die SSD. Direkt darüber das WLAN-Modul. Dann haben wir hier den RAM. Der ist fest aufgelötet und kann in dem Fall nicht getauscht oder erweitert werden. Und hier haben wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch nur komplett mit dem Heatsink zusammentauschen. Das geht also nicht einzeln. Und ja, dazu muss man hier vom Heatsink die Schrauben lösen. Vom Lüfter selber, der hat auch nochmal Schrauben. Und dann das Kabel zum Mainboard. Und dann kann man die ganze Einheit abnehmen und durch eine neue ersetzen. Wobei die Wärmeleitpaste bei dem neuen dann schon mit dabei ist. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier das Touchpad. Und das kann man auch einzeln tauschen. Dafür muss man diese Schrauben hier lösen. Und dann kommt das Touchpad durch das Topcase durch. Dann muss man dieses Kabel hier lösen. Und das ist mit einem Kippschalter verbunden. Das kann man also nicht einfach rausziehen. Dafür klappt man erst den Stecker hier nach oben. Und dann kann man das Kabel rausziehen. Und ja, hier unten das gleiche Spiel. Und dann kann man das gesamte Touchpad von der anderen Seite entfernen und umgekehrt wieder einbauen. Beim Verbinden des Kabels darauf achten, dass das wieder richtig drin steckt bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Und dann muss man nur noch zuklappen und hat das auch. Hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man eigentlich nur die Schraube hier unten lösen. Und dann kann man die gesamte SSD einfach ein bisschen nach oben ziehen und zur Seite rausnehmen. Und gegebenenfalls durch eine neue ersetzen. Ja, die schiebt man dann einfach wieder hier rein. Macht die Schraube auch wieder fest. Und fertig. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben. Und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden. Was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt. Damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.